Willkommen zu Let's Play Skyrim. So, wir sind immer noch hier in der schönen Zwergenfestung. Müssen jetzt in die große Halle, genau. Und ich kann den Namen einfach immer noch nicht. Ich kann ihn einfach immer noch nicht. Bei meinem letzten Besuch konnte ich nur einen kleinen Teil der Ruinen erkunden. Damals war ich allein und ein Assistent für diese schmutzige und gefährliche Arbeit ist einfach unerlässlich. Moment mal, aktuell redet er gerade gar nicht. In Schardag, die Stadt der hundert Türme. Früher gab es dort das größte der großen Dwemer-Archive und vielleicht sogar das fortschrittlichste. In den alten Geschichten heißt es, dass die Dwemer die Stadt bei Eroberungsversuchen der Nord im Meer versinken ließen, bis die Eindringlinge aufgaben. Das bezweifle ich. Aber die Stadt war ein Wunderwerk Dwemerscher Ingenieurkunst. Und nun seht sie euch an. Der größte Teil der unteren Stadtebene ist offensichtlich überschwemmt. Die Lage ist aber nicht aussichtslos. Die alten Punkten der Dwemer scheinen noch zu funktionieren. Schaut! Die Punkten arbeiten nur, wenn sich ein Würfel im Soppe befindet. Und leider habe ich nur einen Würfel. Diese vier Kessel versorgen den oberen Raum mit Dampf. Sie sind abgescheitert, reagieren aber immer noch auf die Kontrollwürfel. Wenn wir vier weitere Würfel finden, können wir diese Kessel wieder in Gang bringen und die Dampfzufuhr zum oberen Raum wieder herstellen. Dann sollte ich die Schutzvitrine des Buches öffnen können. Bringt diesen Würfel her. Wir werden ihn brauchen. Okay. Also eigentlich wollte ich jetzt... Also gut. Jetzt wollte ich gerade noch was gucken gehen und dann hat er dazwischen geschwitzt. Das ist es. Dieses Gerät zeigt uns die Position von vier weiteren Würfeln in diesem Teil der Stadt an. Die meisten Würfel würden wohl in die unteren Ebenen gebracht. Vielleicht sollten damit vor der Aufgabe der Stadt die Fruten zurückgehalten werden. Interessant. Das würde ja bedeuten, dass die Stadt während der ersten Katastrophe des Roten Werkes versorgen. Oder dass die Diener der Dwemer versuchten, die Stadt auch noch nach dem Verschwinden ihrer Erbauer zu erhalten. Drei dieser Würfel sind hinter diesem Durchgang. Am besten fangt ihr dort mit eurer Suche an. Ihr braucht einen Würfel, um diese Tür zu öffnen. Ich hoffe, ihr habt daran gedacht, den Würfel mitzunehmen, den ich in den Sockel gesteckt hatte. Ja, leicht habe ich vergessen. Weil ich nämlich eigentlich noch woanders hingehen wollte, Neolot. Aber dann fängst du ja immer an zu reden. Meine Güte. So, hier ist alles eingestützt, aber hier scheint es nichts zu geben. Wir gucken uns erstmal hier um. Das ist nämlich das, was ich eigentlich machen wollte und sagen wollte. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir gehen jetzt nochmal ganz zurück, denn da hinten ging es dann runter. Sonst vergesse ich das später wieder und das wäre dann nicht so schön. Na, wusste ich es. Hier, in der Experten-Druhe. Einfach mal so. So. Wir haben bald Schlussknacken auf der nächsten Stufe. Das könnte bedeuten, dass wir sehr knapp dran sind, Level 80 zu werden. Oh, eben jetzt zwei Händler. Gut. Das war's hier. Also wie gesagt, wir müssen jetzt hier das schwarze Buch finden. Beziehungsweise, wir haben es ja schon, aber wir müssen die Vitrine öffnen. Und dafür müssen wir einen anderen Schalter oder Hebel oder Mechanismus irgendwie aktivieren. Aber das ist aktuell gerade ein bisschen schwierig, weil wir hier nicht weiterkommen. Was ich mal rausprobieren könnte ist, ich habe ja unendlich Wasseratmung. Boah, ne, wisst ihr was? Ich meine, der Wasserspiegel senkt sich eh. Ne. Das ist Blödsinn, wenn wir das jetzt... Oh, da unten kommt aber auch nochmal ein Sockel dran. Achso, das sind die vier Stück, die wir brauchen. Okay. Dann holen wir uns mal den hier wieder zurück. Kontrollsockel, so. Ach, jetzt geht hier der Wasserspiegel wieder hoch. Okay. Naja, ist in Ordnung, Neolot. Neolot. Ich sage immer Neolot, das ist falsch. Neolot heißt es so. Ah, okay, da kommen wir in die Werkstatt, alles klar. Okay, 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 okay. Ich hoffe, die übrigen Würfel lassen sich auch so leicht finden. So wie ich die Wehmer könne, glaube ich das aber kaum. Äh, alles klar, okay. Das war wirklich sehr einfach. So. Aha, guck mal eine an. Guck mal eine an. Hier hinten, schön versteckt. Boah, ich glaube, das hier wird was Größeres, als wir dachten. Da unten ist ein Zwergenzentau, äh, Zenturio. Können wir da durchschießen? Geht das? Das würde ich jetzt mal wirklich ausprobieren, ob das funktioniert. Okay, ne, das funktioniert nicht, alles klar. Ein Versuch war es immer ein Wert. Gut, dann haben wir jetzt ja schon zwei Würfel, ne? Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Äh, das ist ja, äh, zerstört. Dies müssen die großen Werkstätten Jardag sein, selbst in diesem Zustand noch beeindrucken. In der Blütezeit der Stadt wurde hier an nur einem Tag ein kompletter Maschinenkrieger montiert. Alles klar, ich hab kein Wort verstanden. Und jetzt? Oh, lol. Wenn wir weiter kommen wollen, müssen wir wohl den Wasserpegel senken. Achso. Äh, gut. Jetzt sehen wir ja, ob wir einer gehen zu diesem nächsten Lumpen. Äh. Was labberst du? Ich verstehe nix, weil, wie grad Kampf ist. Merkst du, es ist ja nicht Schnee, Lot. Wenn du redest, dann warte doch mal. Okay. Ach, Zwege höre ich jetzt nicht mit. Was jetzt? Müssten wir jetzt wahrscheinlich... Äh, egal. Wir gucken jetzt erstmal hier genau um. Hier gibt's noch ein paar Bolzen. Oh, guck mal hier. Zwergen, Streitachse, Gefrierens. Interessant. So, da oben. Was will ich jetzt hier den... Was passiert jetzt? Oh! Ja. Alles klar. Das war jetzt eigentlich gerade in der Provisorregion. Wo geht's hier hin? Wo geht's denn hier hin? Ah, Neolot, das ging aber schnell. Oh, ich glaub, die sind aber echt da hinten, oder? Nein, die sind nicht echt. Oh! Die sind doch echt! Die sind echt! Und wir sind an der Neustufe. Ihr wisst, was das heißt, Leute. Wenn wir raus sind... Okay, der ist aber nicht echt. Und der? Der ist auch nicht echt. Ich muss die hier in mein Labor bringen lassen. Äh, was? Die Spinne? Okay, deine Entscheidung. Ich will denen nichts damit zu tun haben. Ich bin trotzdem runtergefallen. So, jetzt müsste ich bestimmt das hier hochgehen. Okay, ja. Dann haben wir uns das auch gespart. Hallo? Ist hier wer? Hallo? Was ist wegen Rüstung? Mann, ne, Mann, ne, Mann, ne. Na, das war ja nicht so gut. Ach, komm schon jetzt. Geh auf. Oh, hier gibt's einiges. Oh, der Wiederherstellung. Sehr nett. Brauche ich aber nicht. Vorsichtig. Äh, ich hab dich doch gar nicht angerümpelt. Nicolai. Hier ist doch eh was faul. Hier ist doch eh was ganz faul. Ich weiß es doch einfach. Oh, das ist der dritte Würfel. Wir haben den dritten Würfel. Oh, nein, 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 nein. Ja, äh, Telvani. Ah, nee, das waren die Severin, die uns, äh, ein Rabenfels angegriffen haben, ne. Das waren die Severin. Schwimmst du da jetzt durch? Ja. Oh, ich glaube, er kann nicht schwimmen. Oh, er sinkt. Ja. Er kann nicht schwimmen. Dann hole ich jetzt eben den dritten Würfel selbst wieder zurück. Jetzt müsste ja hier noch der Wasserspiegel ja noch höher steigen, oder? Oh, lol. Oh, jetzt kann ich den hier looten. Äh, Hilfe. Ja gut, dann, äh, müssen wir hier wieder weg, ne. Genau, wir sind hier fertig, anscheinend. Nee, Moment mal. Nee. Wir sind fertig. Ich weiß, da war ja noch diese, äh, eine, äh, hä? Ja, ist schon witzig, ne. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ich weiß es auch nicht, Nikolai. Keine Ahnung, warum ich so eine Eile habe. Ah. Ist jetzt Neolot noch dabei? Nö. Hä, wir müssen da rein. Wir haben hier was vergessen. Wir haben hier was vergessen. Wir müssen da drin noch was aktivieren, oder sowas. Hä, wie, wie komme ich denn da hin? Ja, jetzt komme ich schon erst gar nicht mehr hier hin. Egal, ich kann unendlich lang atmen. Also mir kann es echt gestohlen bleiben. Ach so, jetzt kommen wir, ach so ist das. Jetzt kommen wir hier hoch. Ah, ja. Ja, oh. Was ist das? 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 Ja, aber wir kennen das ja. Bist du jetzt echt? Ja, du bist echt. Und du bist aber auch schon wieder erledigt. Okay, gut. Und dann haben wir auch den vierten, letzten Würfel schon. LOL. Was hat jetzt Nelot gesagt? Nelot, wo bist du denn? So, jetzt haben wir alle vier Würfel, ne? Müssten wir eigentlich haben. Alle vier. Ja, wir haben alle vier Stück. Okay, sehr schön. Soll ich vorgehen oder erfolgst du mir? Oh, Nicolai, du siehst nicht so gesund aus. Oh, ich auch nicht. Ich sehe auch nicht so gesund aus. Gut, wir haben alle vier Würfel. Ich würde sagen, ich werde jetzt hier nochmal den Part beenden. Wir haben es jetzt ja soweit erstmal wieder geschafft. Und ich denke mal, im nächsten Part sind wir dann eigentlich auch schon dem schwarzen Buch sehr nah. Oder? Egal. Das erfahren wir dann, wie gesagt, erst im nächsten Part wieder. Wenn es wieder heißt, let's play Skype. Macht es gut. Ciao.